Hallo und willkommen zu einem neuen Eröffnungsvideo. Heute soll es um das Vierspringer-Spiel gehen, das wurde sich auch viel gewünscht. Ich zeige das aus weißer Sicht, habe aber auch ein paar Infos für die schwarze Seite eingefügt, wo ich dachte, dass manche Ideen wichtig sind, einfach zum Stellungsverständnis. Wie üblich habe ich die Lichess-Datenbank benutzt bis zu einer Spielstärke von 1600 ohne Bullet und habe geschaut, was sind die meistgespielten Varianten. Tatsächlich war das hier auch gar nicht so anders als das, was mir bekannt war. Ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal rein. Das Vierspringer-Spiel entsteht nach E4, E5, Springer F3, Springer C6, Springer C3 und Springer F6. Ich denke, der Name ist recht offensichtlich, das heißt Vierspringer-Spiel, weil alle vier Springer direkt rauskommen. Und hier empfehle ich euch den Zugläufer B5. Der meistgespielte Zug in dieser Stellung bei Lichess ist allerdings Läufer C4 und auf den möchte ich einfach kurz eingehen, weil ich bin der Meinung, dass der schon nicht besonders gut ist und dass man hier die Idee für Schwarz unbedingt kennen sollte. Der Läufer auf C4 und der Springer auf C3, die sind oft ein schlechtes Zeichen zusammen und hier kann Schwarz gut auf E4 schlagen. Die Idee ist einfach, dass nach Springer schlägt E4, D5 folgt. Schwarz gewinnt die Figur zurück und wird am Ende den Zentralbauern auf E5 haben, während der Weiße von E4 verschwunden ist. Das gibt Schwarz leichten Raumvorteil und aufgrund des Raumvorteils sollte man dann einfach angenehmer stehen. Die Alternative und das, wovor auch viele Schwarzspieler Angst haben, ist Läufer schlägt F7, denn jetzt muss natürlich der König raus. Weiß hat den Bauern zurückgewonnen und man könnte denken, ja der schwarze König kann nicht mehr rauchieren, also muss Schwarz schlecht stehen. Das ist allerdings ein Trugschluss. Denn Schwarz spielt hier D5, übernimmt direkt das Zentrum und zum Beispiel nach Springer G5 folgt einfach König G8. Schwarz kann später mit H6 fortsetzen, der Läufer geht dann wahrscheinlich nach D6, der andere kann schauen, vielleicht nach G4, vielleicht auch nach E6. Auf jeden Fall hat Schwarz ein sehr starkes Zentrum, der König kann sich auf H7 verstecken und die weißen Figuren wissen überhaupt nicht, wie sie in Richtung des schwarzen Königs kommen sollen. Und wenn keiner den schwarzen König angreift, dann kann er auch nicht schwach sein. Das heißt, das ist keine besonders gute Variante für Weiß. Deshalb empfehle ich Läufer B5. Das ist auch ein Standardzug in dieser Stellung, hat auch ein bisschen spanische Ideen, aber natürlich steht der Springer schon auf C3, was einige Dinge verhindert, wie zum Beispiel die Berliner Mauer. Natürlich hat das nicht nur Vorteile, aber okay. Ja, hier hat Schwarz viele Züge und ich würde vorschlagen, wir fangen einmal mit D6 an. Ich glaube, D6 hilft vor allem Weiß, denn Weiß kann hier direkt mit D4 versuchen, das Zentrum unter Kontrolle zu nehmen und den Druck auf den C6 Springer zu erhöhen. Die Grundidee ist, dass nach E-D4, Springer schlägt D4 der Springer auf C6 direkt zweimal angegriffen ist. Schwarz muss im Prinzip Läufer D7 spielen und hier gefällt mir der Zug auch Hade. Ja, hier hat Schwarz drei Züge, die regelmäßig gespielt werden. Erstmal Springer schlägt D4, aber hier kann Weiß einfach auf D7 schlagen und damit D4 spielen. Und an diesen Stellungen ganz wichtig, grundsätzlich glaube ich, dass hier der weiße Läufer auf B2 sehr gut steht. Er wird auch sehr oft nach G5 gestellt, was auch nicht schlecht ist, aber da Weiß aufgrund des E4-Bauen etwas Raumvorteil hat, sollten wir hier versuchen, Figurenabtäusche zu vermeiden. Nachher empfehle ich es, diesen Läufer auf B2 zu stellen, wo er auch auf der langen Diagonale vielleicht später mal E5 unterstützt und schon in Richtung des Schwarzen Königs schaut. Ja, zum Beispiel auch Hade Läufer B2 und wenn Schwarz hier versucht, mit C6-D5 die Stellung zu befreien, würde ich einfach mit Turm D1 fortsetzen. Der D6-Bauer ist etwas schwach. Wir können nach wie vor als Idee E5 im Hinterkopf behalten, aber auch einfach F4, um Raum zu gewinnen. Passt ein bisschen auf, dass es irgendwie keine Tricks gibt, dass hier die Dame gefesselt wird. Dafür kann man natürlich auch immer mal König H1 einschieben. Ja, die zweite Alternative ist A6. Den halte ich für recht schlecht. Gleich werdet ihr auch sehen, warum. Also ich denke, Weiß sollte hier einfach auf C6 schlagen und zum Beispiel Läufer D3 spielen. Die Idee ist dann, mit Dame E2 den Bauern auf A6 anzugreifen und dann F4 zu spielen. Und jetzt zeige ich euch, warum ich glaube, dass das so schlecht ist für Schwarz, denn nach dem Zug Läufer E7 empfehle ich euch auch auf C6 zu nehmen. Und wenn man das weiß, dann ist A6 natürlich einfach ein Tempoverlust. Schwarz hat natürlich zwei Möglichkeiten, auch nach A6. Man kann mit dem Läufer auf C6 schlagen oder mit dem Bauern. Wenn der Läufer schlägt, dann tauschen wir auch noch die Läufer und wie gesagt, man kann den Läufer nach G5 stellen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass der auf B2 gut steht und nach Rochade Läufer B2 gefällt mir die weiße Stellung sehr gut. Die Dame geht wahrscheinlich nach D3, der A-Turm nach E1 und dann versuchen wir F4 durchzusetzen, was erstmal wahrscheinlich nicht so schwer ist. Der schwarze Springer würde gerne auf E5 stehen, da steht er aber nicht besonders stabil, denn sobald F4 kommt, ist das erledigt. C5 kann Schwarz auch nicht so einfach spielen, weil dann immer mal Springer D5 in der Luft liegt und die weiße Stellung ist hier einfach deutlich angenehmer. Wenn Schwarz die Läufer auf dem Brett hält, dann spielen wir Läufer D3 und nach Rochade spielen wir F4. Auch hier können wir den Läufer nach B2 entwickeln, aber hier hat Schwarz noch ein zusätzliches Problem, denn der Läufer auf D7 steht irgendwie einfach im Weg und es ist nicht erkennbar, warum Schwarz diesen Läufer auf dem Brett behalten sollte, denn Schwarz hat sowieso schon nicht so viel Platz für die eigenen Figuren und sollte sich das Leben nicht schwerer machen als nötig. Auch hier, wie gesagt, der Läufer kann nach B2, dann vielleicht die Dame nach D2 oder nach E2 und den A-Turm nach E1 und wieder ist die weiße Stellung einfach deutlich angenehmer. Ja, was kann Schwarz noch spielen? A6, das wäre sehr im spanischen Stil, wenn ihr da mein Video gesehen habt, dann wisst ihr das. Wenn nicht, schaut es euch gerne an und hier empfehle ich auf C6 zu schlagen. Ja, warum? Naja, auf B schlägt C6 hängt schon mal E5. Das spielen tatsächlich recht viele Schwarze, aber nach Dame E7 hat weiß D4 und das Problem ist, dass nun nach D6 auch noch der C6-Bauer hängt. Das sind ein paar Bauern zu viel und hier steht Schwarz einfach objektiv schon auf Verlust. Deshalb sollte Schwarz mit dem D-Bauern schlagen, wie auch zum Beispiel in Spanisch Abtausch. Aber auch hier können wir auf E5 nehmen und auch hier spielen die meisten Schwarzen schon einen sehr schlechten Zug, Dame D4. Wenn ihr vielleicht kurz darüber nachdenkt, wie spanisch Abtausch aussieht, dann fällt euch auf, dass der weiße Springer dort auf B1 steht und der Schwarze auf G8. Der Unterschied ist, dass der Bauer auf E4 nicht vom Springer gedeckt ist. Aber hier kann einfach Springer F3 kommen und da die schwarze Dame angegriffen ist, hat Schwarz keine Zeit, Springer schlägt E4 zu spielen. Als Tatsächlich hat aber Schwarz einen taktischen Trick, um hier den Bauern zurückzugewinnen und das ist Springer schlägt E4. Hier schlagen wir und nun Dame D4, Doppelangriff auf die beiden Springer. Aber hier empfehle ich euch zu rochieren und das Problem ist, der schwarze König steht noch im Zentrum. Nach Dame schlägt E5, folgt D4 und dann Tome E1 und weiß hat hier eine gute Initiative. Mit den Damen auf dem Brett glaube ich, dass diese Struktur auch nicht ganz ausgleicht für Schwarz und dementsprechend würde ich hier in jedem Falle Weiß wählen. Das heißt, A6 ist kein Problem für uns. Läufer B4 ist einer der Hauptzüge auf Top-Niveau, würde ich sagen, obwohl 4-Springer-Spiel dann natürlich nicht allzu oft gespielt wird. Bei Leechess ist das aber nicht so häufig gespielt, ergibt aber natürlich Sinn. Weiß spielt recht ruhige Eröffnungszüge und Schwarz kopiert die. Allerdings hat Weiß natürlich immer ein halbes Tempo mehr. Rochade und hier hat Schwarz ein paar Optionen. Also Läufer schlägt C3 könnte man denken, dass das kritisch ist, denn nach B schlägt C3. Springer schlägt E4 nimmt man ja einen Bauern, aber das Problem ist, diesen Bauern behält man nicht, denn nach Tome E1 gibt es auch E5 ein Problem. Und nach Springer F6 Springer schlägt E5, Rochade D4. Gefällt mir die weiße Stellung sehr gut. Wir wollen Läufer G5 spielen. Der Läufer kann bei Bedarf nach D3 zurückgebracht werden. Das weiße Läuferpaar ist stark und weiß hat bessere Kontrolle über das Zentrum und der Schwarze König kann auch mal angegriffen werden. Wenn Schwarz darauf verzichtet, auf E4 zu schlagen und irgendwie Rochade spielt, können wir D3 spielen und das geht in eine Variante über, die wir gleich noch sehen werden. Typischer ist es, dass Schwarz einfach hochiert und hier spielen wir D3. Ja, auch hier kann Schwarz entweder D6 spielen oder direkt auf C3 nehmen. Das macht für uns keinen großen Unterschied. Also starten wir vielleicht mit D6 und hier empfehle ich Läufer G5. Warum jetzt? Das ist einfach ein guter Moment, Läufer G5 zu spielen, nachdem Schwarz D6 gespielt hat, denn nun kann der Läufer nicht mehr nach E7. Auch hier, Schwarz kann C3 nehmen oder Schwarz kann Läufer G4 spielen, aber das stört uns tatsächlich gar nicht. Das ist sogar kein besonders guter Zug. Also Schwarz sollte in jedem Fall erst auf C3 nehmen, wenn er Läufer G4 spielen möchte. Denn hier nach Läufer schlägt F6 hat Schwarz ein Problem. Nach Dame F6 folgt Springer D5, die Dame hängt und natürlich droht auch Läufer schlägt C6 und Springer schlägt B4. Das heißt, hier verliert Schwarz einfach eine Figur. G schlägt F6 ist die Alternative, aber auch hier kann Weiß einfach auf C6 schlagen und H3 spielen und zum Beispiel nach Läufer F3, Dame F3 hat Weiß einfach die bessere Struktur, der schwarze König ist geschwächt und es ist nicht klar, was Schwarz dafür im Gegenzug hat. Ja, also Schwarz sollte auf C3 schlagen und hier hat Schwarz jetzt einige Optionen. Auch hier kann der Läufer G4 spielen, hier ist das auch mehr oder weniger okay, aber es ist wichtig zu verstehen, dass in diesen Stellungen der Läufer, der will eigentlich nicht nach G6. Deswegen befragen wir den einfach mal H3. Wenn Schwarz schlägt, dann sind wir natürlich zufrieden und wenn der Läufer nach H5 geht, dann spielen wir G4 und nach Läufer G6 gefällt mir eine Idee besonders gut, die ich auch in anderen Stellungen empfehle und zwar Springer D2. Wir haben hier eine unangenehme Fesselung und gefesselte Figuren möchte man ja eigentlich nicht direkt schlagen, sondern gerne nochmal angreifen und dafür wollen wir nun die F-Linie öffnen und bereiten F4 vor. Und ich glaube, die Stellung ist angenehmer für Weiß und würde hier, ja, in jedem Fall Weiß wählen. Schwarz kann auch H6 einschieben, das ändert aber tatsächlich nicht viel, denn auch hier befragen wir wieder den Läufer und spielen G4. Und auch hier empfehle ich wieder Springer D2. Natürlich konnte Schwarz auch später H6 spielen, das würde zu was ähnlichem führen. Eine Idee ist noch Dame E7. Warum geht die Dame nach E7? Naja, die Dame möchte weiterhin den F6 verteidigen natürlich, weil Schwarz da ungern mit dem Bauern nehmen möchte und nun soll der Springer nach E6, wo er dabei hilft, diese Fesselung aufzulösen. Aber Weiß ist hier recht schnell und kann Springer D2 spielen und nach Springer D8 schon F4 und es wird direkt unangenehm auf der F-Linie. Soviel zu viertens Läufer B4. Dann haben wir noch Springer D4. Den habe ich auch selbst schon mit Schwarz gespielt. Der führt zu recht scharfen Varianten, aber bei Leaches ist zu beobachten, dass die nicht so gut bekannt sind, was oft dazu führt, dass Weiß schnell Material gewinnt. Hier empfehle ich euch Läufer C4 und hier hat Schwarz, ja, eine kritische Variante, das ist Läufer C5. Hier empfehle ich euch auf E5 zu schlagen und hier spielen die meisten Schwarzen schon einfach was, was nicht besonders gut ist. Erstmal, das Beste ist Dame E7. Hier ganz wichtig zu verstehen, Springer schlägt F7, ist nicht gut wegen D5. Und nach Springer schlägt H8, D schlägt C4, geht der Springer auf H8 auf jeden Fall verloren. Die weiße Entwicklung ist schwierig vorzusetzen und der weiße König ist geschwächt. Das ist keine besonders gute Stellung für Weiß. Deshalb empfehle ich Springer F3 und hier spielen zum Beispiel auch viele Schwarze Springer schlägt E4, aber nach Rochade steht plötzlich der Schwarze König im Zentrum und könnte hier Probleme bekommen. Deshalb ist auch Springer schlägt E4 nicht besonders gut und Schwarz sollte lieber D5 spielen. Hier Läufer schlägt D5. Und hier, ja, das ist eigentlich quasi die Ausgangsstellung dieser kritischen Variante und auch hier spielen die allerwenigsten bei Leechess den besten Zug. Und genau das hat auch dazu geführt, dass ich euch diese Variante empfehle, weil ich glaube, dass man hier sehr gute Chancen hat, sehr schnell zu gewinnen mit Weiß. Das Beste für Schwarze ist Läufer G4. D3 und Lange Rochade. Und hier nach Läufer E3 sollte Schwarz auf D5 schlagen und die Qualität Opfer. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass eure Gegner das finden, wenn sie es nicht kennen. Und offenbar kennen die meisten Leute das nicht. Jetzt sollte Schwarz Turm E8 spielen. Die Idee ist, den Druck auf E3 zu erhöhen und hier nach Rochade. Läufer F3, GF3, Läufer D6. Hat Schwarz tatsächlich genug Kompensation für die Qualität und ich würde empfehlen, hier F4 zu spielen und nach Dame H4 auf D4 zu schlagen. Und in dieser Stellung hat Schwarz nichts besseres als Dauerschach zu setzen, zum Beispiel mit Dame H2 und Dame H5. Ich weiß, Dauerschach ist nicht unbedingt das Ziel aus der Eröffnung mit Weiß, aber wir sollten festhalten, dass, wie gesagt, diese Stellung gab es noch nie bei Liches und ich glaube, diese Stellung, wenn ich mich recht erinnere, gab es dreimal in der Datenbank mit den Parametern, die ich genutzt habe. Nicht besonders oft und, ja, dass eure Partie dann eine davon ist, die Chance ist einfach sehr gering. Daher glaube ich, dass praktisch der Wert dieser Variante sehr hoch ist. Denn die meisten Schwarzen spielen hier Csax und nach Läufer B3 hat Weiß erst mal zwei Bauern mehr und nach Springer schlägt E4 Rochade. Hat Schwarz wieder das Problem, dass plötzlich der schwarze König in der Mitte so ein bisschen gefangen ist. Weiß droht natürlich auch irgendwie hier zu nehmen, hier zu nehmen, Turm E1, D3, C3. Die weiße Stellung ist jetzt viel einfacher zu spielen und man hat auch noch Material gewonnen. Ja, soviel zu Dame E7. Wie gesagt, die meisten finden aber nicht mal diesen Zug und spielen Rochade und nach Rochade D3. Springer F3, Läufer G4 ist ganz wichtig. Hier hat Weiß noch nicht D3 gespielt, deswegen ist Läufer G4 gar nicht so schlimm und Weiß kann einfach Läufer E2 spielen. Und hier ergibt nur Springer schlägt E2 Sinn, aber nach Dame schlägt E8. Spielen wir einfach D3 und nach D5 empfehle ich euch H3, Läufer H5 und Läufer G5. Schwarz hat etwas Kompensation für den Bauern, aber ich denke Weiß hat die Stellung hier gut unter Kontrolle. Es droht jetzt auch Läufer schlägt F6 und Springer schlägt D5. Man kann dann auch mit Turm E1 fortsetzen, auch Springer D1, Springer E3 kann eine Idee sein und wenn es sein muss, ist natürlich auch G4 eine Option. Ja, so viel zu Läufer C5. Was hier auch noch gespielt wird, ist D6. Hier glaube ich kann man sehr gut auf D4 schlagen und Springer D5 spielen. Auch das beinhaltet einen kleinen Trick. Das Beste für Schwarz ist es hier auf D5 zu nehmen und nach Läufer D5 ist denke ich offensichtlich, dass Weiß etwas besser stehen muss mit diesem Bauern auf D4. Schwarz hat einen Doppelbauern und Weiß eben nicht. Der logische Plan wäre Rohade und F4 in irgendeiner Art und Weise zu spielen. Natürlich spielt man auch noch D3. Die meisten Schwarzen schlagen hier aber auf E4 und das verliert schon direkt die Partie, denn nach Dame E2 hat Schwarz das Problem, dass der Zug Dame E7 wegen diesem Springer auf D5 nicht möglich ist und wir können den Springer auf E4, falls er gedeckt werden sollte, nochmal angreifen und gewinnen ihn dann einfach. Das heißt, D6 ist wahrscheinlich nicht so gut für Schwarz. Die letzte Alternative ist hier Springer F3. Das wird auch am meisten gespielt, aber nach Dame F3, Läufer C5, D3 steht Weiß einfach etwas aktiver. Dass die Dame so früh rausgezogen hat, ist kein großes Problem, denn Schwarz kann sie nicht angreifen. Und nach Rohade, Läufer G5, zum Beispiel Läufer E7, habe ich eine hübsche Neuerung für euch gefunden und das ist Springer D1. Das ist nicht der einzige Zug in dieser Stellung, mir gefällt es aber gut, diesen Springer nach E3 und F5 zu überführen. Das verhindert auch langfristig einfach Läufer G4 Ideen, wenn der erstmal auf E3 steht und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr kurz oder lang rochieren wollt. Das sollte beides möglich sein und ist wahrscheinlich auch etwas Geschmackssache. Soviel zu Springer D4. Dann sollten wir noch D5 anschauen, weil der auch über 100.000 Mal gespielt wurde, aber hier hängt einfach der E5-Bauer und das ist nicht besonders toll für Schwarz. Wenn Schwarz auf E4 schlägt, dann schlagen wir C6. Und hier haben wir schon einen Bauern gewonnen, dazu hängt aber auch noch der Turm auf A8. Und wenn Schwarz Läufer D7 spielt, empfehle ich euch einfach auf D7 zu schlagen und nach Dame D7, E schlägt D5. Einfach alles abzutauschen, nach Dame D5, Dame E2 ist der Läufer verteidigt, wir können Rochade spielen. C3, D4 ist dann eine Idee, wir haben das Läuferpaar und ein Bauernmeer. Muss gut sein für Weiß. Das heißt, D5 ist nicht kritisch, Läufer D6 wird noch recht häufig gespielt, den empfehle ich auch in meinem Chessable-Kurs, vor allem, weil ich glaube, dass er recht leicht ist. Man muss hier nicht viele konkrete Varianten kennen. Aber auch hier haben wir natürlich Ideen mit Weiß. Wir spielen erst einmal Rochade. Hier hat Schwarz zwei Möglichkeiten. Man kann rochieren oder man kann direkt A6 spielen. Nach A6 empfehle ich euch, hier zu schlagen und D4 zu spielen. Wir wollen direkt ausnutzen, dass der schwarze König noch im Zentrum steht. Nach Läufer G4 nehmen wir einfach auf E5 und hier muss jetzt Schwarz auf F3 zwischen nehmen, denn nach Läufer E5, Dame schlägt D8, gewinnen wir einfach die Figur auf E5 und nach Läufer F3, Dame F3, Läufer E5 können wir Läufer F4 spielen. Schwarz hat einen Doppelbauern und Weiß nicht und ich sehe nicht die Kompensation dafür, Weiß steht einfach etwas besser. Die Alternative ist E schlägt D4 und hier nach Dame schlägt D4, stellen schon wirklich 90 Prozent der Schwarzspieler direkt die Partie ein. Ganz wichtig, Rochade verliert sofort wegen E5 und Gabel und Figur weg. Nach Läufer E7 empfehle ich euch Dame E3. Der Läufer wird wieder nach B2 entwickelt, der Turm geht nach D1, was es etwas unkomfortabel für die schwarze Dame macht und hier ist auch nicht ganz klar, wo genau die schwarzen Figuren hingehören, deshalb gefällt mir die weiße Stellung besser. C5 ist auch eine Alternative, die viel gespielt wird, aber nach Dame D2 droht wieder E5 und nach Läufer E7 empfehle ich Dame F4, wieder kommt Turm D1 und die Dame auf D8 hat einfach nicht so viel Spaß in dieser Stellung und auch hier denke ich, dass Weiß eine starke Initiative hat und einfach besser steht. Das heißt, direkt A6 ist kein Problem, Schwarz kann natürlich auch sofort Rochieren und nach D3 A6. Hier würde ich empfehlen Läufer A4 zu spielen, denn hier haben wir natürlich nicht mehr diese super starke D4 Idee, da Schwarz bereits Rochiert hat und wir auch schon D3 gespielt haben. Das würde deshalb sehr viel Zeit verlieren. B5, Läufer B3, soweit ist das logisch und auch hier hat Schwarz ein paar Optionen. Starten wir mit Läufer B7, hier gefällt mir A4. Wir greifen direkt auf B5 an und nach B4, Springer E2. Soll der Springer nach G3 und vielleicht nach F5 überführt werden? Die meisten Schwarzen spielen hier A5, aber nach Springer G3. Gefällt mir die weiße Stellung gut. Der Springer geht nach F5, der Läufer nach G5 und ich denke, dass Schwarz hier etwas passiv steht und die Stellung einfach mehr Spaß macht mit Weiß. Ein weiterer logischer Zug ist Springer A5. Schwarz möchte diesen Läufer wegnehmen, aber hier spielen wir Läufer G5. Die meisten Schwarzen schlagen, das ist auch erstmal logisch und hier spielen auch schon sehr viele einen schlechten Zug. Läufer B7 wäre der bessere Zug. Aber nach D4, E schlägt D4, Dame schlägt D4, nutzen wir wieder die Stellung dieses Läufers auf D6 aus und nach Läufer E7 empfehle ich E5. Springer H5 nimmt, nimmt und Springer D5. Der Bauer auf E5 schränkt die schwarze Stellung durchaus sehr ein, der Springer auf D5 ist natürlich auch super. Dieser Läufer hat nicht besonders viel zu melden auf der langen Diagonale, für den ist wahrscheinlich das Beste, sich einfach gegen den Springer zu tauschen und dann könnte langfristig mal der A6 schwach werden. Die meisten Schwarzen spielen aber wie gesagt nicht das, sondern H6 und wenn ihr hier gern selbst nachdenken wollt, dann haltet kurz das Video an, denn Weiß gewinnt hier bereits Material. Und ja, ich hoffe ihr habt das gemacht. Dann seht ihr, das hier Läufer schlägt F6, Dame schlägt F6, Springer schlägt B5. Aufgrund der Fesselung des A-Bauern einfach einen Bauern gewinnt, der D6-Läufer kann wahrscheinlich auch nicht auf dem Brett bleiben, denn der C7 sollte verteidigt werden und damit steht Weiß einfach klar besser. Es gibt noch eine Alternative zu Springer A5 und das ist Springer D4. Allerdings muss Schwarz hier sehr genau spielen, denn nach Springer D4-E, D4, Springer E2 erhöhen wir direkt den Druck gegen D4 und nach C5 empfehle ich euch F4. Ich habe hier ein bisschen mit mir gehadert, weil die Top-Engine-Variante hat mir nicht so super gut gefallen, aber ich denke, sie ist spielbar und ich denke auch, dass wieder der praktische Wert sehr hoch ist, weil ich glaube, dass die meisten Schwarzen das nicht finden werden. Erst einmal, die meisten werden hier Läufer C7 spielen, weil es drohte E5 und auch hier können wir E5 spielen. Und Weiß steht einfach besser. Der Läufer kann vielleicht nach D5 gehen und mit C3 können wir später das Zentrum anknabbern, auch A4 ist wie üblich eine Idee und die beiden Bauern im Zentrum geben Weiß einfach Raumvorteil und eine komfortable Stellung. Das Beste für Schwarz ist hier C4, aber die Idee ist gar nicht offensichtlich, denn nach D schlägt C4, Springer schlägt E4, hängt ja auch noch der Bauer auf D4. Hier sollte Schwarz jetzt B4 spielen, um Kompensation auf den schwarzen Feldern zu bekommen. Das kann ich verstehen, denn der Läufer auf B3 ist auch irgendwie eingeschlossen, deshalb würde ich den gern mit C5 direkt öffnen. Nach Läufer C5, Läufer D5 hängen sowohl Springer als auch Turm. Und hier könnte man schon direkt Angst kriegen mit Schwarz. Der einzige Zug ist Dame B6, Schwarz versucht den Springer auf D4 zurückzugewinnen. Aber hier nehmen wir E4 und nach Läufer D4, König H1 sollte schwarze D5 spielen, um diesen Läufer zu öffnen und nach Läufer D5. Turm B8 empfehle ich F5. Die Stellung ist unklar, Schwarz hat hier Kompensation, das muss man zugeben, aber ich denke, dass die Stellung spielbar ist, Weiß steht hier nicht schlechter und Schwarz musste eine ganze große Menge Züge finden. Dementsprechend glaube ich, dass das praktisch eine gute Wahl ist. Soviel zu Läufer D6, es bleibt noch Läufer E7. Aber hier rochieren wir einfach. Ganz wichtig, nach D6 spielen wir wieder D4. Das wird in eine andere Zugfolge übergehen und zwar in die, wo Schwarz direkt D6 ohne Läufer E7 spielt. Das ist also kein Problem und wenn Schwarz rochiert, dann schlagen wir auf C6. Nach B schlägt C6 hängt wieder der Bauer. Und nach D schlägt C6 nehmen wir auch den Bauern. Wieder die meisten spielen hier Läufer D6. Hier gefällt mir Sprenger C4 schon sehr gut, denn wir greifen den Läufer an und drohen E5. Und ja, hier hat Schwarz glaube ich gar nichts für den Bauern. Stattdessen sollte Schwarz wieder diesen Trick mit Springer schlägt E4 finden. Der ist hier aber nicht ganz so einfach zu verstehen und wie gesagt, die meisten finden ihn nicht. Nach Springer schlägt E4, Dame D5 haben wir nämlich den Zug Springer schlägt C6, was Springer schlägt E7 mit Schach droht. Und nach Dame C6, Turm E1, ja, kann Schwarz behaupten, dass er etwas Kompensation hat wegen dem Läuferpaar. Aber diese sollte aus meiner Sicht erstmal maximal für Ausgleich reichen. Und selbst das ist aus meiner Sicht hier noch fragwürdig, denn so stark sind die Läufer momentan nicht. Genau, das war Läufer E7. Bleibt noch Läufer C5. Das ist deutlich mit Abstand der meistgespielte Zug in dieser Stellung. Und das ist auch der Grund, warum ich euch am Anfang die Variante mit Läufer C4 von Weiß gezeigt habe, denn hier hat Weiß den gleichen Trick. Springer schlägt E5. Nach Läufer schlägt F2 gilt wieder, dass König schlägt F2, Springer schlägt E5, D4 einfach nicht gut ist für Schwarz, denn hier wird H3 kommen, der Läufer kann nach D3 zurück, Weiß hat ein riesen Zentrum und am Ende wird wahrscheinlich der schwarze König schwach. Deshalb sollte Schwarz hier wieder nehmen und wir spielen D4 und gewinnen die Figur zurück. Und hier spielen die Schwarzen auch erstaunlich viele schlechte Züge. Einer davon ist C6. Hier schlagen wir einfach auf E5 und auf F6 und nach Dame F6 können wir rochieren. Warum ist das jetzt so schlecht für Schwarz? Naja, erstmal hängt der Bauer auf B5 und so ein weißer Springer auf D5 ist auch sehr unangenehm für Schwarz und dementsprechend ist die weiße Stellung hier auf jeden Fall klar vorzuziehen. Das heißt, C6 ist kein Problem. Läufer B4 wird recht häufig gespielt. Die Idee ist, dass nach D schlägt E5, Springer schlägt E4. Nun der Druck auf C3 recht hoch ist, aber wir können einfach Dame F3 spielen und nach Springer C3, Bc3 sollte Schwarz einen recht starken Zug finden, wenn er nicht direkt deutlich schlechter stehen möchte und das ist Dame H4. Die Idee ist, dass man hier den Läufer zurückgewinnt, deswegen schlagen wir natürlich nicht auf B4, sondern rochieren einfach und nach Läufer C5, G3 denke ich nach wie vor, dass weiß besser steht, denn der Läufer wird Schwierigkeiten haben sich zu entwickeln. Der Bauer auf E5 gibt uns Raumvorteil und weiß ist etwas besser entwickelt. Stattdessen spielen aber die meisten Läufer C5 und hier sehen wir jetzt, warum Schwarz lieber Dame H4 spielen sollte, denn nach Dame G3 hat Schwarz zusätzlich das Problem, dass die Rochade nicht so leicht möglich ist wegen Läufer H6. Und auch hier wird weiß einfach normal rochieren, vielleicht ist sogar H4, H5 eine Idee. Die schwarze Stellung ist sehr eingeengt und schwer zu spielen. Läufer D6 ist aus meiner Sicht der beste Zug, wird aber tatsächlich sehr selten gespielt. Wir nehmen einfach die Figur zurück und rochieren. Und nach Rochade Läufer D3 glaube ich, dass die weiße Stellung angenehmer ist. Wir haben Läufer G5 und F4 als Idee. Wir können das natürlich auch mit König H1 vorbereiten, damit hier keine Schachs kommen. Und weiß hat das bessere Zentrum und damit das einfachere Spiel. Der meistgespielte Zug ist tatsächlich Läufer schlägt D4. Der ist aber nicht so gut. Man sagt ja, man soll die Dame nicht so früh rausziehen. Das Problem ist, dass die Dame hier nicht so leicht angegriffen werden kann, zumindest nicht mehrmals. Und damit, ja, weiß einfach auch Tempi gewinnt. Nach Springer C6 empfehle ich Dame A4. Wir wollen dann Läufer G5 und sogar Lange Rochade spielen, da weiß hier großen Entwicklungsvorsprung hat. Diese Fesslung wird sehr unangenehm. Weiß hat das Läuferpaar und der schwarze König wird auch nicht sicher sein, wenn weiß lang rochiert und schwarz kurz. Denn dann kann hier auch schnell ein Bauernsturm losgehen. Ja, das war meine Übersicht zum 4-Springer-Spiel. Ich hoffe, sie war hilfreich für euch. Ich denke, dass hier die Varianten nicht, also es gibt wenig forcierte Varianten. Das heißt, man muss nicht so viel auswendig lernen. Man sollte vor allem die Ideen verstehen und ich glaube, dann kann man mit dem 4-Springer-Spiel auch sehr erfolgreich spielen, ohne zu viel zu wissen. Ihr habt gesehen, viele Schwarze spielen das auch nicht besonders gut, also es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Und ja, falls ihr weitere Vorschläge habt für andere Eröffnungen, die ich hier zeigen soll, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls irgendwelche Fragen bestehen, schreibt natürlich auch gerne einen Kommentar und wenn ihr das Ganze nochmal in Ruhe anschauen wollt, wie immer ist unten die Leecher-Studie verlinkt, wo ihr die Varianten noch einmal in Ruhe durchklicken könnt, vielleicht auch selbst bearbeiten und einfach schauen, was eure Gegner so spielen. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!